...Batterie, blaue Feuertöpfe und dann wieder ein sehr schönes, ruhiges Hostel-Bokeh oben. Ich hoffe, Sie stimmen zu, dass diese Batterien, gerade weil sie so schön monochrom sind, so einfach sind, sehr gut, gerade für den immer größer werdenden Bedarf bei Musikfeuerwerken geeignet sind. So, Skypainter ist die nächste Batterie auf der...